Meine lieben Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge Informationsstaffel über entgleiste U-Bahnen. Ja, wir sind gerade hier am Feuerbach Bahnhof in Stuttgart. Hier stehen die zwei U-Bahnen. Die hat schon rote Lichter hier an, deshalb Abfahrt nicht möglich. Besser gesagt, Leute können damit nicht mehr mitfahren. Wegen dieser Drecks-U-Bahn. Die ist entgleist und man sieht gleich auch, dass die U-Bahn nicht mehr in Betrieb ist. Die ist aus den Schienen gesprungen, praktisch weiter in die Richtung, wo sie gefahren ist. Und hier steht die U-Bahn, die heute gegen 17 Uhr entgleist ist. Hier steht sie. Hier ist sie aus den Schienen gesprungen. Ich kann es euch weiter ranzoomen. Genau hier. Eigentlich sollte diese Reifen hier draus sein, aber es ist da drüben. Es ist die Nummer 3344 mit 3343 der Linie U13. Ich kann es euch wieder ranzoomen.